Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. Wenn es Ihnen möglich ist, würde es mich sehr freuen, wenn Sie die Maske vielleicht absetzen können, sodass ich Sie ganz sehen kann. Wäre das in Ordnung für Sie? Ja, ich brauche einen Moment dazu. Nehmen Sie sich jede Zeit, die Sie brauchen? Das mache ich seit Corona, aber ich habe festgestellt, dass das mir gut tut, weil dann bin ich nicht so sichtbar. Und die kommt und holt die Trude immer ab und geht mit der Spazieren, weil ich kann gerade nicht mehr raus, gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr.